Guten Abend, liebe Gäste, grüße euch alle miteinander. 40 Mal haben wir euch schon wieder zum Sommerabend und ihr seid jetzt immer gekommen. Also ein bisschen was Sommer richtig macht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure lang, langjährige Treue. Und jedenfalls freut uns das immer wieder. Obwohl wir wirklich so viele Veranstaltungen rundherum waren, aber unsere Sorge, ihr noch eine Schaubesicht, die lehrt rein hinten nicht. Und die passiert ja gar nicht. Unser nächstes Lied beginnt mit der Frage, dirne, jetzt weiß ich nicht, wegen was ich bin hier. Das ist von Christian Treue und der sagt dann leider, aber ich lasse dich nicht, bis das ist hier. Das ist keine gefährliche Drohung, das beginnt nach großer, langer Liebe und einer langen, glücklichen Beziehung. Böse Tore behaupten ja, der Schlüssel zu einer langen, glücklichen Beziehung ist der Schlüssel zur Zweitwohnung. Aber, da gibt es eine Preisgrenze für die Variante. Und das hat immer, wenn ich Schulfrein von mir gesagt habe, wenn mein Mann mir so richtig auf die Nerven geht, dann gehen wir halt, und kein Diät, weil er sich nicht glücklich macht. Ja, bitte, jetzt weiß ich nicht, und nachher, ich muss über den Halot reden. Ja, wusste ich nicht, was gerne, aber für das Arbeiten muss ich einen Umzug zu bekommen. Ja. 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 Ja.